Hallo Sportfanatiker und herzlich willkommen auf unserem Kanal M&M Sports. Heute sprechen wir über den neuen Spieler von Red Bull Salzburg, das große Talent aus Israel, Oskar Gloch. Oskar wurde für 7 Millionen Euro von Mekabe de la Rive verpflichtet. Er wird auch die Rückennummer 37 bekommen und hat einen Vertrag bis Sommer 2027 bekommen. Oskar gilt als das größte Talent von Israel. Der offensive Mittelfeldspieler wurde auch von anderen Topklubs begehrt, wie Borussia Dortmund und der FC Barcelona. Aber Salzburg konnte sich schließlich durchsetzen. Und der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, hatte auch noch ein paar Worte zu diesem Transfer zu sagen. Er sagte, wir freuen uns, dass sich Oskar für uns entschieden hat, trotz etlicher Angebote, die Oskar bekommen hatte von richtig großen Klubs. Und wir freuen uns, dass er die nächsten Entwicklungsschritte bei uns in Salzburg machen möchte. Er ist ein richtig guter Fußballer, trotz seines jungen Alters, der schon sehr viel Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann. Er kommt jetzt mit 18 Jahren in ein völlig neues Umfeld. Wir haben uns auch schon mit ihm über den Fußball, über die Art und Weise, Fußball zu spielen, ausgetauscht. Und wir wollen ihm die nötige Zeit geben, dass er bei uns zurechtfindet. Ja, und Oskar hatte natürlich auch was zu sagen zu seinen allen Vereinen. Er sagte, ich habe mein ganzes bisheriges Leben bei Maccabi Tel Arif gespielt und bin jetzt natürlich sehr aufgeregt, woanders zu spielen. Im Vorfeld des Wechsels habe ich mich mit Munas Tabur unterhalten und er hatte sehr viel Gutes über den FC Red Bull Salzburg zu sagen. Deshalb freue ich mich sehr auf meine neue Mannschaft und die Fans und kann es kaum erwarten, das erste Mal mit meinen neuen Kollegen zu trainieren. Was ich zu Oskar zu sagen habe, ist, meiner Meinung nach wird dieser Spieler sicher in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Man darf ja auch nicht vergessen, bei seinem letzten Verein, Maccabi Tel Arif, hat er in 33 Pflichtspielen 9 Tore geschossen und 8 Assists beigesteuert. Und deshalb sehe ich es so, dass wir von Oskar in nächster Zeit sehr viel zu sehen bekommen. Ja, was man auf jeden Fall sagen muss, die Entscheidung von Oskar war absolut richtig, zu Red Bull Salzburg zu wechseln und zu keinem anderen Klub. Da wir ja alle wissen, dieser Klub schafft es, Top-Talente zu großen Spielern zu formen. Daher ist es auf jeden Fall der richtige Weg für diesen Spieler. Auf der anderen Seite auch für Red Bull Salzburg ein toller Deal, den sie eingegangen sind. Sie haben sich einen Spieler geholt mit sehr viel Qualität, ein absoluter Ausnahmetalentspieler. Was diesen Oskar besonders macht, ist seine absolut starke Technik, seine Dynamik am Ball, seine Beidfüßigkeit. Er kann ja sowohl mit links wie mit rechts abschließen, diese richtig tollen Pässe spielen. Er ist ein sehr wendiger Spieler, ein sehr intelligenter Spieler. Er ist so wie Thomas Müller, einer der die Räume erkennt, der weiß, wo er stehen muss, wo er hinlaufen muss. Er kennt seine Nebenleute, kann sie perfekt ins Spiel setzen. Und auch ein sehr offensiv starker Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Der Herr, alles in allem, ein Spieler mit Startpotenzial und ein Versprechen für die Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Spieler in Zukunft in der österreichischen Bundesliga zu sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, der früher oder später zu einem Top-Klub-Talente wechseln wird. Und Red Bull Salzburg mit diesem Spieler sehr viel Geld einnehmen wird können in Zukunft. So, das war das Video über Oskar, der neue Spieler von FC Red Bull Salzburg. Wenn euch das Video gefällt, lass doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Und hiermit gesagt, M&M Sports wie immer. Tschau und bis zum nächsten Mal.